Das ThinkPad T490 spricht vor allem ambitionierte Studenten- und Homeoffice-Arbeiter an. Du kannst es sogar mit einem integrierten LTE-Modul erwerben, was es zum idealen Begleiter für die Uni macht. Neben der LTE-Option sorgen auch der sehr ausdauernde Akku und das robuste, aber trotzdem leichte Gehäuse für maximalen Komfort in der Uni. Der Preis ist allerdings etwas höher, aber dieser wird durch eine sehr gute interne Hardware sowie eine Vielzahl von Sicherheits- und Business-Featuren gerechtfertigt. Für mich ist das ThinkPad der Testsieger bei den Laptops für Studenten.